Okay, dann bitte ich euch jetzt, beziehungsweise Larry, du darfst hier einmal dran drehen. Ich darf drehen. Du darfst drehen, ja. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wahrheit, wir haben hier nämlich so ein... Wir haben heute vielleicht unseren ersten Kuss. Ich weiß gar nicht, ob wir das, ob wir einen Kuss... Das müssen wir echt mal machen eigentlich, ne? Wenn so Kollabos hier in die Sendung kommen. Gute Idee. Da hat bestimmt jeder mit. Ich sag mal so, wenn wir jetzt 3.000 Likes hier auf dem Facebook Livestream bekommen, dann könnte es sein, dass sich hier noch zwei Menschen heute kissen können. 5.000. Ja, ja, was haben wir? Wahrheit ist Violett, Blau ist Pflicht. Es landet auf... Ist das hier denn gerade? Pflicht, 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 Pflicht. Ja, ja, Pflicht, Pflicht. Nee, nee, Pflicht, nee, Pflicht, guck mal. Guck mal, Pflicht. Das ist eindeutig Pflicht. Das heißt, ja, einer von euch darf das Blaue ziehen und der andere darf es öffnen. Ihr dürft euch aussuchen. Ich ziehe. Hä, du hast doch... Naja. Ich ziehe. Ja, du musst doch öffnen, ja. Was steht drauf? Erzähl's uns. Okay. Spricht eine Moderation lang in einer anderen Sprache? Okay. Okay. Aber was kannst du für Sprachen? In der ich eine Moderation machen kann? Englisch. Englisch? Und was sprichst du noch? Ich spreche ein bisschen Französisch, aber ich glaube, ich habe mein Leben lang gedacht, ich kann viel besser Französisch als ich es wirklich kann. Im Sofa auch immer. Du darfst aber jetzt nur noch mit ihm in Englisch sprechen. Ich bin gar nicht so schlecht. Ah, ich bin sorry. Ich habe wirklich vergessen. Ich dachte, ich habe ziemlich gut Französisch gesprochen. Aber das letzte Mal habe ich herausgefunden, als ich eine Show kenne, dass ich keine Worte verstehe. Okay. Warst du in Frankreich, als du das rausgefunden hast? Nein, ich habe keinen Französisch mehr. Nein, ich habe keinen Französisch mehr. Nein, ich habe keinen Französisch mehr. Wenn ich in Frankreich bin, denke ich, ich bin okay, weil man die Person sieht und man sieht, man sieht, man sieht, man sieht, man sieht, man sieht. Aber auf der TV hat das nicht funktioniert. Okay. Kannst du Französisch? Ja, wahrscheinlich. Ich bin sehr fatigiert. Ich bin sehr müde. Ich kann nicht. Und ich weiß nicht was du willst. Ich habe keine Ahnung, was du willst. ? Ich bin sehr stocks, was du willst. Oh, ich bekle mich. Bin ich.